Willkommen zu einer weiteren Runde The Binding of Isaac. Wir haben momentan hier einen richtigen Lauf, zumindest wenn man den negativen Sinn dahinter sieht. Egal, wie im letzten Part schon angedeutet, habe ich heute vor, etwas Abwechslung reinzubringen. Und zwar schauen wir uns die Challenges, auf Deutsch die Herausforderungen, an. Habe ich ja bereits während des gesamten LPs schon mal erwähnt. Zehn an der Zahl haben wir, der zehnte ist noch Lock, den müssen wir noch im Laufe des Spiels freischalten. Wir starten oben mit der ersten Challenge, Stark was the Night. Zur Erklärung, die Challenges sind halt auch reguläre Läufe, nur wir haben gewisse Eingrenzungen und Beschränkungen, die uns etwas schwer tun werden, diesen Run zu schaffen. Aber falls wir es dennoch schaffen sollten, einen Lauf erfolgreich zu bestehen, bekommen wir entweder A, ein Item, oder B, ein Trinket als Geschenk bekommen, den wir dann in unseren regulären Läufen verwenden können. Deswegen nutzt es sich auf jeden Fall, diese Challenge bzw. diese Herausforderung zu machen. Ja, und wie bereits gesagt, wir fangen oben an mit Dark was the Night. Los geht's! So, da steht es schon, Curse of Darkness. Dark was the Night ist quasi ein Lauf, nur mit dem Curse of Darkness-Fluch. Also wir hinhalten nicht nur hier Seller Nummer 1, sondern die gesamten weiteren Flure, die wir noch betreten werden. Deswegen wird es auf jeden Fall etwas schwieriger werden, Geheimräume zu finden. Und alles mögliche natürlich auch. Da muss man schon ein bisschen Orientierungssinn haben. Mal sehen, ob ich den hier haben werde und ob ich diesen Lauf hier meistern werde. Wie wir sehen es. Und wir spielen mit Isaac, den habe ich jetzt nicht ausgesucht. Das ist tatsächlich random, aber ich denke mal, ist ein Ort, um mal mit Isaac zu spielen, neben den ganzen Eve-Läufen. Der Relic spawnt jeden fetten Raum, wenn mich nicht alles täuscht. Ein Seenherz, denke ich, war es auf jeden Fall nicht schlecht. Und da wir hier ein halbes Herz liegen, gucken wir uns meinen Sündenraum an. Zwei Kisten, mal sehen, ob wir Glück haben. Okay, zwei Trollbomben. Was haben wir hier drin? Oh, drei Fliegen. Nehme ich gerne mit. Ob es sich jetzt gelohnt hat, ein halbes Herz für drei Fliegen zu opfern, weiß ich nicht. Aber sie helfen uns, denke ich mal. Zumindest bei diesen Gegnern hier sind sie auf jeden Fall lohnenswert, obwohl schon zwei Fliegen ihr Leben lassen mussten. Für eine Spinne. Hm, naja, egal, was soll's. So. Okay, hier ist schon mal nichts. Wir hätten natürlich auch Glück gehabt, Glück haben können, um dadurch, dass wir eben in den Sündenraum gegangen sind, dass dadurch wir den Geheimraum in einem finden konnten. Aber mir ist momentan auch nicht ersichtlich, wo er sein könnte. Und die eine Bombe möchte ich ungenutzt so viel verschwenden. Schauen wir uns den Endboss an. Widow also, na gut. Ist ja eigentlich so der Standard-Gegner, möchte man ja sagen, in Zeller. Zumindest was die Endboss angeht. Guck mal her. Genau, du kannst deine... Deinen Napsack selber kaputt machen. Ach, verdammt. Ich sollte mich mal ein bisschen mehr bewegen, denke ich mal. Und ein paar Spinnen töten. So. Okay, das sieht ganz gut aus. Guck mal her. Ah, verdammt. Bewegen, bewegen. So. Ah, und du produzierst schon wieder eine Spinne. Und du bist falsch gesprungen. Ich wollte eigentlich, dass du auf diesen Napsack springst. Aber hast du natürlich nicht gemacht. Toll. So, du bist jetzt erstmal platt. Und dann mache ich jetzt noch die Spinnenplatz. Dich erstmal, damit du keine weiteren Spinnen produzierst. Dich. Und du bist auch platt. Sehr schön. Jo, dann hab hier ab. Warum nicht? Nehme ich gerne mit. Alles klar. Gehen wir also weiter. Und da sieht man es auch schon hier. Curse of Darkness, wie schon eben gewähnt, begleitet uns jetzt das komplette Spiel über. Und ich würde sagen, zwei Schlüssel für den Anfang ist schon mal eine gute Bilanz. Obwohl wir natürlich dadurch, dass wir, hm, ja, eben kaum Möglichkeit haben, den Geheimraum zu finden. Komm mal her. Du könntest vielleicht versuchen, mal die Seite da aufzusprengen, wenn du explodierst. Komm mal her. Komm mal her. Ne. Hätte ja sein können, dass da der Geheimraum ist. Und, oh, weia, 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 weia. Kommt. Kettenreaktion, Kettenreaktion. Komm schon. Yes. Sehr schön. Oh, der Champion gibt nur eine dünne Münze, aber da unser erstes Seelenherz. Bruder Bobby. Joa, warum nicht? Verfolgt uns, schießt zusätzlich. Nehme ich gerne mit. Wir wären andere Items zwar in diesem Moment jetzt lieber gewesen. Wie zum Beispiel die Rönskenbrille. Das wäre jetzt zum Beispiel ein sehr schönes Item für die Geheimräume. Aber, ja, erstmal ein bisschen was für den Schadensoutput. Und ich denke mal, ich versuche einfach mal ein Glück und versuche, ob da vielleicht der Geheimraum ist. Nein. Na gut. Zumindest haben wir noch eine Bombe im Petto. Hätte ja sein können, dass er da ist. Anhand der Raumaufteilung wäre es sogar ziemlich offensichtlich gewesen, dass da einer ist. Aber leider war das glücklich auf unserer Seite. So. Albsherz. Ja. Das nächste Sammeln wir direkt ein. Weiter geht's also. So. Auch ein ziemlich doofer Raum, um diesen kleinen Spinnen. Hätte ich jetzt ein paar Momben mehr, dann würde ich mir den Weg freispringen. Aber, nein, nee. Geht doch so. Ah. Gesagt, getan. Dankeschön. Haben wir die uns eben verschwendete Bombe wieder zurückbekommen. Gehen wir mal hier nach links. Schon wieder spinnen. Und ich glaube, wir haben da links noch einen Weg, wo wir hingehen können. Und ich denke mal dadurch, dass wir hier noch in den oberen Etagen, also Selle 1 und Selle 2, könnten wir auch nochmal dahin gehen. Um vielleicht noch irgendwelche Items abzustauben. Das kann man denke ich mal hier oben auf jeden Fall noch machen. Die unteren Ebenen eignen sich eher nicht so dafür. Zumal wir ja auch keine Karte haben, die wir aufdecken können. Dort steht ein Fluch. Ah, seht ihr? Jetzt hat es sich auf jeden Fall gelohnt. Wir machen da Feuer, die wir ausmachen können. Eine Kiste mit... Naja. Mit einer Münze und einer Trollbombe. Ah, zwei Münzen. Dadurch, dass wir das Feuer gelöscht haben. Haben wir vielleicht hier Glück? Nein. Ich überlege gerade, das war glaube ich der Raum, den ich eben auch aufgesprengt habe von unten. Ich sollte nicht so nach dem Geheimraum suchen. Dadurch verschwende ich einfach nur Bomben und so zusätzliche Feuerkraft. Beziehungsweise eben Explosionsschaden, den wir benutzen können, um irgendwelche Steine aufzusprengen. Duke of Lies. Aber in der normalen Variante. Gut. Das dürfte eigentlich kein großes Problem sein, dadurch, dass wir noch Bruder Bobby an unserer Seite haben. Nur diese großen Fliegen könnten ein kleines Problem sein. Zumal, wenn es zwei sind oder drei. So. Autsch. Das musste ja so sein. Ah, das sieht aber ganz gut aus. Und zack, du bist auch Platz. Okay. Ein Seelenherz, ein halbes Herz. Die Kiste mit... Oh, ordentlichen Items. Two of Diamonds. Hm, lass dich erst mal. Red Patch nehmen wir mit. Und die Pille, die aktiviere ich einfach mal. Friends to the end. Schön. Two of Diamonds. Hm, vielleicht finden wir ja noch ein paar Münzen. Was hast du denn zu bieten, Teufel? Spirit of the Night, oder den Pakt für zwei Herzen. Zwei sehr schöne Items, um ehrlich zu sein, für zwei Herzen. Und wir haben ja eigentlich zweieinhalb Seelenherzen. Pop, 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 pop. Ähm. Ich glaube, Spirit of the Night. Ja, ich glaube schon mir das. So können wir fliegen. Und ich denke, jetzt schätze mal, unsere Herzen sind in Ordnung. Und Spektraltrain haben wir zusätzlich bekommen. Gut, gehen wir also weiter. Caves. Curse of Darkness, hallo. Natürlich begleitet sie uns weiterhin. So. Diese Gegner sind natürlich auch sehr schön für Spirit of the Night, beziehungsweise allgemein für Fluchfähigkeit. So. Ich müsste eigentlich nur hier bleiben. Und dann könnt ihr mir eh nichts anhaben. So. Es geht aber auch so. Und schön, dass wir direkt den Itemraum gefunden haben. Lemon Mischsept. Hatten wir das Item schon gehabt? Ich bin mir nicht sicher. Ähm. Was das genau kann, das sehen wir uns gleich an. Wir haben es gebrauchen können. Es jetzt zu benutzen wäre Schwachsinn. Und, ähm. Unnötiger Verbrauch unseres Baseball-Items. Oh, ein Bettler. Da halten wir mal im Hinterkopf. Also ich meine, wir können schließlich auch den Itemraum besuchen. Jetzt können wir eigentlich Lemon... Ne. Ich benutze hier noch kein Lemon Mischsept. Der... Oh, ein Schlüssel. Schön. Eher gleich für einen anderen Raum, denke ich mal. So. Komm mal her. Trollbombe, hallo. Ach, es wäre schön, noch ein paar Münzen zu finden. Also, durch die Tour of Diamonds-Karte verdoppeln wir ja unseren Münzenvorrat. Und, ähm, ja. Dadurch hätten wir eben acht Münzen jetzt momentan. Und deswegen warten wir lieber noch, dass wir ein paar mehr Münzen finden, um unsere Münzen halt noch mehr zu verdoppeln. Komm, mach auf. So. Da gehe ich auf jeden Fall rein. Lohnt sich jetzt eigentlich nicht, hier sein Geld irgendwie auszugeben. Deswegen, denke ich mal, benutzen wir den Bettler. Sollen wir hier... Ne, Lemon Mischsept, denke ich mal, wenn... Nicht irgendwelche gefährlicheren Gegner, als diese Wärme kommen, benutzen wir es, ähm... Frühestens dann beim Boss. Wir schauen es uns mal gleich mal an. Wir könnten natürlich jetzt auch in den Zirrenraum gehen. Da würden wir nur ein halbes Herz verlieren. Machen wir auch mal direkt, würde ich sagen. Gupi's Head. Ist natürlich auch ein... Ähm, kein schlechtes Item. Wenn wir es aktivieren, dann... Oder? Das verirre ich mich nicht da. Genau, dann spawnt es eben vier dieser Fliegen. Ich glaube, ich nehme mir eher das mit als das. Nur zur Erklärung. Lemon Mischsept, ähm, macht folgendes. Wenn wir es aktivieren, tut es eine gelbe Fläche hier, ähm, drauf, auf den Boden, ähm, streuen. Und wenn wir darauf gehen, machen wir uns Schaden. Beziehungsweise der Gegner nimmt dann Schaden. Aber man sieht, der Effekt hält sich lang an. Und der... Und die Stärke von Lemon Mischsept ist auch nicht gerade so stark. Deswegen, denke ich mal, Gupi's Head, durch diese vier Fliegen, ist ein bisschen besser. Obwohl die vier Fliegen jetzt gerade nicht so viel Schaden angerichtet sind. Aber... Naja, in der Gesamtheit denke ich mal... Wieso schieße ich eigentlich nicht die ganze Zeit? Wir haben schließlich Spektraltrennen bekommen. So. Ist Gupi's Head besser. Zumal, man sieht da, es sich sofort auflädt wieder. So. Autsch, verdammt. Schön. Die Pille. Ach, ich aktiviere sie einfach. Balls of Steel. Sehr schön. Im Zuge dessen, dass wir nur zwei... Oh, nein. Im Zuge dessen, dass wir eben nur zwei, ähm, Herzen haben. Gut. Jetzt aktivieren wir die Tour of Diamonds Karte. und fliegen einfach nochmal zurück zum Bettler und aktivieren diesen. Waren wir eigentlich schon hier? Ah, ja. Das war der Schock. Okay. So. Und auch schön, durch die Flugfähigkeit verlieren wir keine Bombe. Oh, dankeschön für die Bombe. Ein Seen jetzt. Sehr nett. Was hast du denn noch, uns zu bieten? Wäre lustig, wenn er uns jetzt den Kompass gibt, denn der, denke ich mal, hätte keine Auswirkungen bei dem Curse of Darkness. Oh, Gupi's Head. Aktivieren wir mal sprommt. Na, komm schon. Irgendwas. Hm, Halbis Head ist nicht verkehrt, aber, ach bitte, komm schon. Ich will dich ungern in die Luft sprengen. The Moon, oh, teleportiert uns in den Geheimraum. Schön. Schön, dass wir diese Karte gewunden haben. Spiderbyte Slow-Effekt hatten wir ja bereits schon mal gehabt. Ach, sieh mal an. Hier war also der Geheimraum. Spektral trennt bloß einen Slow-Effekt. Sehr schön. Ach, schade, dass der Bettler uns nicht mehr gegeben hat. Aber naja, gut. Wir haben quasi ein Item durch ihn abstauben können, eben, dass wir diese Tarotkarte bekommen haben. Ist auf jeden Fall, hat sich auf jeden Fall unser Geld gelohnt. In, wenn man überlegt, in der, im Shop, Moms Coin Purse, hm. Versus Chub, also. Eigentlich können wir nur hier unten bleiben und versuchen, dass Chub sich uns nähert. Ungefähr so, genau. Und durch den Slow-Effekt kann er uns eigentlich nichts anhaben. Zumindest müsste ich mir seinen Kopf dafür treffen. Damit der Slow-Effekt... So, genau. Sehr schön. Genau, so kannst du... Oh, das war sehr knapp. So kannst du bleiben, wollte ich gerade sagen. So, genau. Komm bis zum Ende hier hin. So, sehr schön. Dann kannst du nach oben gehen. Sehr schön. Okay. Und... Zack. Zack. Ach, hier ist verdammten Würmer. Komm mal her. Genau, komm mal hin. So. Okay. Und Slow-Effekt, sehr schön. Und zack, du bist tot. Und du bist auch tot. Oh, sehr schön. HP-App plus Tiers-App. Sollen wir den Bettler in die Luft sprengen? Nee, wir lassen ihn am Leben. Gehen wir also weiter. Und aktivieren prompt auch wieder Gappi-Set. So. Gehen nach rechts. Okay, okay. Nicht so schwer. Autsch, das war doof. Ach, stimmt. Okay, okay. Nicht vergessen. Die können auch durch Steine fliegen. Und ich glaube, das war einer der Fehler, die ich in meinen letzteren Ones gehabt habe. Nicht wahr? Da wurde ja... Ist ja auch... Ich durch diese Gappis getötet worden. Bum-Friend ist das. Nicht wahr? Ja, also Best-Friend. Nee. Äh. Okay, aber behalten wir uns ebenfalls mit der Kopf. Denn schließlich haben wir dadurch eine Sprengquelle, wo wir unsere Bomben nicht verschwenden müssen. So. Ja, für diese Gäter sind natürlich die Friends Till the End fliegen besonders gut geeignet. Und... Ja, natürlich für so Kisten lohnt sich Spirit of the Night natürlich allemal. So. Und... Ohohoho. So. Cancer the Red Patch. Nee, ich nehme Cancer mit. Zack. Und natürlich auch für solche Räume, ne? Und... Zacki. Sehr schön. Gappi-Set. Schön, dass er sich sofort nach einem Raum dann wieder auflädt. Auch schön natürlich durch diesen Slow-Effekt, ähm, verlangsamt sich natürlich auch die Tränen dann, beziehungsweise die Punkte, oder die Perlen, die Perlen habe ich es doch immer genannt, die Perlen, ähm, dieses Schießen. So, da gehen wir auf jeden Fall rein. Zwei Pillen und zwei Fliegen. Dann schließen wir ja nur ein halbes Herz, dadurch, dass wir eben fliegen können. Was hat das zu bedeuten? Bombs are killed. Ja, okay. Und das hier? Bad Trip. Na gut. Haben wir eben fast ein komplettes Herz verloren. Ist nicht so tragisch. Gut. Ich möchte aber dennoch noch ein bisschen weiter rumfliegen, oder? Okay. Clothoni ist in Ordnung. Ist von komplett in Ordnung. Denn schließlich... Glaub ich, bekommen wir doch von ihm ein Gegenstand, oder? Ein Item. Oder ein paar Herzen, jo. Nehme ich gern mit. Gut. Ich überlege gerade. Okay. Da geht's nach links. Und da drüber... Da drunter ist auch ein Raum. Also wir nutzen jetzt einfach mal den Bomb-Friend und legen ihn hier hin, in der Hoffnung, dass hier der Geheimraum ist. Ah, nein, 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 nein. Ah, egal. Ich möchte es ja noch ausprobieren. Na, okay. Ein bisschen blöd passiert. Zumindest haben wir jetzt zwei Möglichkeiten ausgeschlossen. Aber das reicht mir tatsächlich auch. Denn ich möchte jetzt nicht unnötig meine einzige Bombe für das verschwenden. Obwohl wir natürlich fliegen können. Und schließlich... Ähm... Ja. Wir haben gute Items. Wir müssen nicht unbedingt in den Shop reingehen. Oh, Capi Set. Aktivieren wir natürlich. Gut. Schauen wir uns den Endboss an. Der Carrying Queen, also. Der Champion-Variante. Interessant. So. Schön, dass wir den Friesen haben. Oh, was ist das denn? Das habe ich aber auch noch nicht gesehen. Er spawnt... Oder sie spawnt... Kleine Herzen? Oh, muss ich gestehen? Oh, das war knapp. Muss ich gestehen? Habe ich bisher aber auch noch nicht gesehen. Weil normalerweise spawnt der Carrying Queen diese roten Häufchen. Die eben... Ähm... Ja, feurig sind. So. Aber sieht eigentlich ganz gut aus. Wir machen ordentlichen Schaden. Und dadurch, dass wir Kenze haben... Ähm... Ziemlich schnellen Schaden auch. Sodass der Kampf... Auch zusätzlich durch den Slow-Effekt nicht allzu lange dauern wird. So. Zacki. Geschafft. Und noch euch beiden. Nachricht glatt. Schön. Zusätzlich noch Tiers up. Sehr schön. Jetzt müssten wir eigentlich... Nee, fast voll haben. Aber... Ist eine ordentliche Tränengeschwindigkeit. Weiter geht's. The Deaths. Number one. Oder Nummer eins. Endlich. Nach den ganzen Runs, wo wir nun Necropolis haben, sind wir endlich mal wieder hier unten in Deaths. Lange nicht mehr gesehen. Schön mal wieder hier zu sein. Necropolis konnte ich tatsächlich... Ähm... Bald nicht besinnen. Warum aktiviere ich nicht knapp die Sets? Kommt, Katin an. Zack. Sehr schön. Sehr schön. Ein Seelenherz. Wir gehen weiter. So. Und ihr steckt da fest, oder was? Kein Problem. Wir gehen hier rein. Schließlich verlieh mir nur ein halbes Herzer durch. Aber wenn ich mich nicht höre... Oh. Oh. Schönes Item. Aber im Zuge dessen, dass wir schon ein Deal mit dem Teufel gemacht haben, eher... ...uninteressant momentan für uns. Und schön, dass wir dadurch kein Herz verloren haben. Schließlich wurden wir direkt aus dem Raum da teleportiert. Mal sehen. Schaffen wir es überhaupt so, die Platz zu machen? Ich weiß es nicht. Lieber so. So. Und zacki. Sehr schön. Sechs Winzen. Oh. Super Envy. Wow. Na gut. Das dürfte eigentlich nicht allzu lange gehen, denke ich mal. Man sieht hier das Lauf-Effekt und... Au. Oh. Unseren ganzen... Unsere... So hohe Drehngeschwindigkeit. Durch den Kleiderbügel. Durch... Durch Cancer. Ähm... Ich dürfte das, wie gesagt, nicht lange dauern. Envy als Super Envy habe ich auch noch nicht so oft angetroffen. Aber schön, dass wir es geschafft haben. Eher einer der seltensten Todsünden. Zumindest in der Champion-Berianze eben. Auch selten erlebt, dass Envy hier unten sich blicken lässt. Ah, das ist ja auch doof. So. Und... Komm schon. Platz. Okay. Und nur eine dünne Münze. Mein Gott. Hätte ich das gewusst, hätten wir uns rausspringen können. So. Okay. Oben waren wir. Dann gehen wir nach unten. Ah, okay. Auch ein schöner Raum. Oh. Sehr peinlich, wenn man sich von diesen Gegnern treffen lässt. Obwohl ich das in der Vergangenheit ja auch schon des Öfteren geschafft habe. Eine Bombe. Schön. Und ich denke mal, die goldene Kiste machen wir auf. Ja. Schön. Nehme ich gerne mit. Oh. Stopp. So. Okay. So. So. Oh. Ah. Wisst ihr, das war ein sehr durcher Schaden. Ah, zack. Aber das wir dann sehen jetzt. Dank des Relics. Ah. Ja, 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 ja. Mein absoluten Lie... Oh, danke schön. Das sind ja meine absoluten Lieblingsgegner. Neben den Herzen und den Köpfen. Ähm. Den Masken meine ich natürlich. Bombs are key. Hm. Ne, die behalten wir aber mal. Ah. Sehr schön. Dann gucken wir auf jeden Fall auch in den Job rein. Hoffentlich haben wir nicht das Pech und dort drin ist Creed. Was haben wir hier drin? Ah. Harlequin Baby. Ja. Sehr gerne nehme ich mit. Eine zusätzliche Feuerkraft haben wir immer sehr gerne dabei. So. Gut. Dann machen wir uns auf die Suche nach dem Endboss. Plus natürlich noch auf die Suche nach dem Job. Aber ich schätze mal, wir laufen uns so oder so gegenüber. Dann ist Feet ist nur noch der Weg nach rechts. So. Und das ist auch kein so schwieriger Raum mit Spirit of the Night. Und natürlich durch den Slow-Effekt. Durch die Mutants weiter. So. Sehr schön. Schon wieder eine Münze. So. Oh. Und das ist natürlich auch sehr schick, wenn man Spirit of the Night hat. Und es ein bisschen besser sich anschaut, als wie ich es gerade tue. Und wisst ihr was? Ich glaube, ich aktiviere jetzt Bombsaktiv. Und dann schließlich können wir... Ja, da haben wir doch wieder ein paar Bomben. Das aktivieren. Was haben wir hier oben? Auffahren also. Und hier. Ah. Toll. Auch nicht so... Hat mich denn da getroffen? War das die Stachen? Das kann eigentlich nichts sein. Oder ich habe nicht aufgepasst. Und... Die springenden Kerle waren es. Oh, oh, oh. So. Sehr schön. Wieder ein Schlüssel. Wieder ein Sehenherz. Sehr schön. Hier unten schon wieder die Springer. So. Ja, wie schon gesagt. Meiner Meinung nach die zweit schlimmsten Gegner in Weining of Isaac. Neben... Nein. Nicht mit dem Page. Neben... ...den Masken und den Herzen. So. Hier unten müsste dann aber eigentlich der Shop sein. Ja. Neben einem eigentlich nicht allzu schwierigen Gegner. Ja. Schön. Jetzt. Okay. Zumindest ist hier schon mal was zum Aufsprengen. Da ist eine Pille. Bumpf. Ach. Ja, das ist doch Bumpf, oder? Pille. Range up. Schön. Ähm. Ja, ich nehme ihn einfach mal mit. Denn ich könnte mir sehr stark vorstellen, dass in dem unteren Gewölbe Creed ist, im Shop. Deswegen nehmen wir einfach Bumpf. Ja, nüt. Falls wir noch ein paar Münzen finden sollten. Okay. Endboss-Time. Aha. Also befindet sich doch ein apokaleptischer Reiter auf unserem Weg. Bei Herausforderung Nummer 1. In diesem Fall ist es... Boah. Okay. Aber der dürfte eigentlich auch nicht... Auch mit Spektral... Oh. Das war sau doof. Auch mit Spektral trennen. Nicht so schwierig sein. Und mit diesem... Guckt euch das an. Mit dem Slow-Effekt. Gar kein Problem. Bzw. Es ist ziemlich doof, dass ich mich da getroffen haben lasse. So. Wir gehen aber dennoch. Obwohl, im Moment... Ja, stimmt. Da waren wir ja schon drin. Okay. Weiter geht's. The Death Nummer 2. Schön. Gut. Wir gehen nach unten. Und... Eine golde Kiste. Machen wir auf. Äh. Ne. Ich glaube ja, Kenzer. Was haben wir hier? Oh. Okay. 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 Passt. 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 Passt alles. Alles wunderbar. Schön. Nur schnell sein und versuchen, nicht in ihre Reichweite zu gelangen. Okay. Das ist auch nicht so schlimm. Bis auf die Köpfe. So. Okay. Passt. Was haben wir hier drin? Ja. Ah. Verdammt. Ich hab doch den Bum, Friends. Tut mir leid, mein Freund. Schade ist es natürlich auch, dass wir die Münzen... Ähm. Oh. Warum fliegt der denn in die Steinköpfe rein, Jungs? Schade ist es natürlich auch, dass wir die, ähm... Münzen nicht einfach so ablegen können. Da ist bestimmt jetzt... Da ist nicht Creed drin, aber gut. Die Batterie brauchen wir eigentlich nicht. Es sei denn, wir finden noch ein super Item. Deswegen... Musst du noch ein bisschen dich gedulden beim Friends. Da ist unser Schlüssel wieder. Wäre natürlich schön, wenn wir ein besseres Item finden können. Beziehungsweise ein tolles, ähm... Besseres Item, wofür sich die Batterie lohnen würde. So. Was haben wir hier drin? Ein goldener Schlüssel. Komm. Du nimmst die Münzen ein. Dafür, dass wir jetzt so weit unten sind. Eigentlich nicht mehr so... ...lohnenswert. Ein goldener Schlüssel. Das wäre ja oben gebraucht, aber... ...ja, warum nicht? So. Und... Dankeschön. Flat Penny. Jetzt können wir uns vor Schlüssen gar nicht mehr retten. Oh... ...feier. So, das passt. Das passt. Okay. Bombe. Gapisett. Wir gehen nach unten. In der Hoffnung, endlich mal den... ...item Raum eingetreffen zu können. Dass wir uns gleich dann auch mal mit dem Weg... ...Autsch. ...Weg stellen können. Woher kommt... ...fliege denn auf einmal her? Zack. Okay. Oh. Schön. Gapisett. Ah. Schon wieder so ein Raum. Da ist auf jeden Fall schon mal ein Raum. Aber schließlich können wir noch ein Item abstauben. For free. Okay. So. Du bist platt. Du bist platt. Und... ...du bist auch platt. Die Münze nehme ich. So. Superlast. Okay. Mir wäre eigentlich mal... ...Culture Fight oder sowas... ...wichtiger, dass wir sie auch mal antreffen. Diese Todsünde. Eben in der Super Champion Form. Oh. Uh. Hm. Curse Gull. Nee. Wir bleiben bei Cancer. Franz Tillie Allen. Oh. Schön. Plus Gapisett. Boah. Was für eine Armee an Fliegen haben wir jetzt. Einen blauen Fliegen wohlgemerkt. Aber schick, dass der Bumfred uns einen Trinket schon mal gegeben hat. Aber, ja. Irgendwas anderes... Oh, da waren wir schon drin. Irgendwas anderes wäre mir lieber. Egal. Denn... Was macht ihr denn? Oh, Mann. Doofe Fliegen. Nein, nein, nein. Nicht dahin fliegen. Nein. Nein. Okay. Weiter nach oben. Ja. Weiter nach oben. Da ist auf jeden Fall schon mal eine goldene Kiste. Da hat er eh keinen Schlüssel durch den goldenen Schlüssel. Platz. Und da ist auch Platz. Und so ist auch Platz. Okay. Eigentlich wollte ich die Münzen einsammeln, mein Freund. Egal. Also, wie gesagt. Ich hoffe ja inständig, dass wir jetzt noch einen Spacebar-Item finden. Obwohl wir es eigentlich auch nicht unbedingt brauchen. Egal. Weitere Münzen kannst du einsammeln, mein Freund. Ah, Mist. So. Okay. Bombe. Das ist auch wieder eine Friends till the end. Yes. Schön. Nehme ich gerne mit. Aber nicht die Steine angreifen, Jungs. Ah, verdammt. Ach, egal. Jetzt habe ich sie eingesammelt. Jamhart. Interessantes Item. Aber aufgrund dessen, dass wir so viele Seelenhetzen haben, eher unnötig momentan. Oder? Wisst ihr, was ich in einem Jamhart mit? Doch. Ich in einem Jamhart mit. Da würde sich definitiv die Batterie lohnen. Und im Zuge dessen, dass wir, ähm, das Gabi Setz ja nun wirklich nicht so, ja, so viel Schaden macht. Es sei denn, natürlich sind es eher schwache Gegner, wo sie die Instant killen. Denke ich mal, ist Jamhart nicht verkehrt. Zumal natürlich noch alles in diesem Run passieren kann. Das Seelenhetzen lasse ich erstmal liegen. Äh, äh, zwei Pillen, äh, 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 zwei Spinnen. Ich wollte schon gerade sagen, zwei Bomben. Balls of Steel. Was bist du? Teerstown, schön. Balls of Steel nehme ich gerne mit. Und zacki. Und zacki, schön. Also momentan haben wir wirklich eine wahnsinnig gute Gesundheit. Ah, ich würde sehr gerne jetzt noch ein paar Münzen haben für die Batterie. Mal sehen, ob wir uns ungefähr anschauen könnten, wo der Geheimraum ist. Vielleicht hier? Nein, hier. Dafür verschwende ich jetzt tatsächlich auch ein paar Bomben. Oh, sehr schön. Auf Anhieb gefunden. Och. Komm, zwei Münzen zocke ich. Vielleicht kriegen wir ja ein paar Münzen. Metallbombe, na gut. Nein, die wollte ich holen. Egal. Dann denke ich mal, gehen wir dennoch in den Shop und holen uns was an. Denn ich glaube nicht, dass wir irgendwo noch Münzen bekommen können. Nehmen wir uns einfach die Bombe mit. Gut. Lassen wir die Batterie eben links liegen. Denn ich könnte mir vorstellen, je nachdem wie gut es läuft, müssen wir so oder so nicht das Fiaman einsetzen. Aber, um ehrlich zu sein, fühle ich mich dadurch schon ein bisschen sicherer. Oh. Wo war denn jetzt? Ach ja, hier nach rechts und dann gleich nach unten. Ich fahre. Wenn ich mich da recht entsinne. Mein Gott, war diese Ebene groß. Nein. Hier war mir auch falsch. Wo war denn jetzt Marm? Oder war die ganz links an den Shop vorbei und dann nach unten, glaube ich, ne? Ja. Grüße an Curse of Darkness. So. Ist aber auch mal interessant, das komplette Spiel mit Curse of Darkness zu spielen, ohne jetzt halt die Karte ziehen zu können. Ist auf jeden Fall mal ein interessanter Faktor. Wie man auch gewöhnt an die Karte ist, nicht wahr? So. Okay, da ist sie. Ja. Ah ja, da war Superlast. Okay. Los geht's. Marm. Das dürfte eigentlich nicht so schwierig sein, obwohl sie natürlich jetzt in der Champion-Variante ist. Na, wo ist der Frust? Ah, da lässt sich natürlich... Au! Knapp, knappe Kiste. Lässt sich natürlich jetzt nicht reinlegen, nicht wahr? So, aber momentan sieht es eigentlich ganz gut aus, obwohl mir natürlich die Creed-Köpfe zu schaffen machen. So, komm mal her. Oh! Autsch! Verdammt. Creed, 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 Creed. So. Ah, das sieht aber ganz gut aus. So. Komm her mit dem Fuß. Oder daneben so. Ach, schade. Ich hätte gedacht, du würdest den Creed-Köpfe zu machen. Aber das war leider nicht so. Au, Hutsch! Nein, meine zwei Münzen. Aber die kann Bumfret jetzt einsammeln. Oder machst du das nicht? Natürlich, die Münzen, die ich durch Schmerzen erleidet habe, beziehungsweise krankelassen habe, die sammelnst du natürlich nicht, ne? Das sind Münzen für dich. Egal. Und... Geschafft. Isak war cornered. His mother fuelled with the desire to serve her God. Isak war cornered. Isak war cornered. Nein, hier war die Aufgabe tatsächlich nur innerhalb von Curse of Darkness die Flüge zu schaffen und eben Marmen dann zu besiegen. Dadurch, dass wir die erste Challenge geschafft haben. Wir gucken nochmal in die Stats hinein. View found secrets. Da, the candle has appeared in the basement. Wir haben eben die Kerze freigeschaltet, die wir jetzt eben im Spiel finden können. Sehr schön. Alles klar. Insgesamt bin ich sehr zufrieden mit diesem Lauf. Hat super geklappt. Wir haben Challenge Nummer 1 geschafft. Ich mache hier Schluss. Ich schaue mal, was wir beim nächsten Lauf machen, beziehungsweise beim nächsten Part von The Binding of Isak. Ob wir uns da die zweite Herausforderung anschauen werden oder einen regulären Lauf machen, lasst euch überraschen. Ich sage hier Tschüss und bis zum nächsten Mal.